Servus YtD Bei eurem STAVA Wir sind in MV3 Und das in COD Wir spieler Let's fangen Und ich habe auf mysteriöse Art und Weise Schon ein paar Abschlussserien Ich weiß nicht wie das grad Von starten ging Aber auf jeden Fall habe ich sie So ich weiß erstmal kurz ein Auto besteigen Bevor es los geht So auto geteutelt Und ich begrüße erstmal meine Mitspieler Hallo Mitspieler so also du bist eine runde gefallen du kannst du doch gehen danke wie folgt ihr dürft mich töten wenn ihr es schafft nur mit dem einsatzschild nicht mit dem zweiter schild nein mit dem einsatz schild und mit dem trophiesystem mit nichts anderem habt ihr verstanden ja ich hoffe gut ihr bleibt noch ein bisschen oben stehen genießt ein bisschen die aussicht guckt noch gerade aus und ich werde mal von dannen ziehen und mir meine perfekte taktik überlegen mir mein tag überlegen ich glaube das auf fail deutsch aber egal so ihr könnt losgehen versuchen die aus der ecke raus ich werde es nie schaffen ich bin fast auf geht voran ich werde mir das mal verstecken hier ich werde mich nie finden versteckt bei mir draufsteht kann man das schild wegpacken äh nö du musst mich schon mit dem schild töten also das war quatsch ich mag ich nicht okay macht das ding da weg weg da ihr müsst in den haus gucken ich hab Angst IMS IMS Geweckt ne wer da ne doch nicht da ist die Fie dein Ernst du musst gucken ja IMS ich bin so unfair zack 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 ich hab die mal als tolles mitgenommen und zwar die der sehr Igel im akimbo modus wo ist ein gang der gute Mann nicht nur im neino modus nein im akimbo modus ich hab nur 16 Schuss oder so da kann ich bis die arm 6 weg ist wo hat die arm 6 weg ist wo hat die arm 6 hat mir irgendwie sauer oh die gibt mir gerade ganz schön die muss mehr schön bams eskalation oh wer ist denn da hinten na hallo Itachi willst du ein bisschen Kugel abkommen nein oh nee hm 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 geht weg geht alle weg was roffel also rolle ohne floh etwa war ja eigentlich im s von mir drin ja noch was verkauft oder geknallt hat es geknallt er hat unverkauft so ein bisschen nach hinten gucken oh was ist hier schön und so was ist das lied von pay flow mit die was Oh, süß. Habt ein bisschen Angst? Ja, Payflow. Vielleicht macht der Payflow oder Teamkill. Payflow! 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 Hier bin ich! Komm zu mir! Nein! Komm zu mir, komm zu mir! Hier bin ich! Hallo! Hallo! Wo fliegst du denn nach unten? Komm zu mir! Au, er schießt auf mich! Hier! Au! Habt ihr eiskalt drin, oder was? Hör! Payflow! Payflow! Also! Also, wollte ich gewinnen? Payflow, rette mich! Hände mir das, Leute! Hilfe! Also, ich fühle mich irgendwie so, als hätte ich irgendwas im Nacken. Au! Au! Es gibt einen Nackenklatscher hier! Jawohl! Hahaha! Du bist so genial, Payflow! So, wie wir haben... Oh Gott, das sind doch ganz schön... Ganz schön ne Menge, hä? Oder hab ich mich grad verguckt? Ey, sie sind doch... Äh, äh, oh oh! Ich hätte gedacht, das wäre ein Avenger! Du kannst doch gegen neun Leute kämpfen! Will ich nie! Will ich nie! Nein, will ich nie! Auf, der zünd gleich ein Atomba! Tolle Taktik! Outsch! 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 Einsperren! Nee! Was? Gut gemacht! Raphsan! Aber gut... Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich zwei Leben hab zum kleinsten Preis! Der hatte noch eins! Dam, 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 dam! Jetzt ohne hier im G! Da, da, da! So, jetzt hab ich meine Rüstetklasse ausgewählt! Oh, oh! Oh, oh! Jetzt wird's hässlich für euch kleinen Fisi-Bubbles! Hahaha! Halt auf jeden Fall schon mal keine Atomba! Jetzt pack ich meine Atomba! Was? 24! Was? Ich hab 24! Oh, ne, dein Ernst, oder? Ne, dein Ernst, dass ich noch einen Scheiß-Kill gebraucht hätte für meine Moab? Hättest du nicht... Nein, nein, nein! Abschluss nicht machen! Ach so! Das wär's schon gewesen! Ne, 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 Steve! Mal weg hier! Mal weg hier! Mal weg hier! Steve! Ups! Ja, Steve! Hey! Ne, 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 ne! Steve! Wo ist der? Wo ist Steve? Ne, 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 ne! Ne, ne! Ah! Muhaha! Muhaha! Wo ich bin? Camperhouse! Du wusstest doch gern wissen, wo ich bin, hä? Wo ist denn? Camperhouse! Ihr campt doch überall! Das kann doch überall sein! Du hast aber grad nicht drin geschossen! Ah! 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 Das Raphza! Boah! Auf der Copter und Raphza! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Nein! Akimbo Power! Das gilt für ihn! I don't know! Nein! Sterbt alle! Oh! Sterbt alle! Sterbt alle! Na das Auto! Ne los! Oh! 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 Mein Herz! Mein Herz! Ey knapp ist nicht! Oh! Das ist schön! Das ist schön! Na komm her! Das ist IMS! Na komm! Er hat keine Muni mehr! Ne, doch! Ich hab einen Schuss! Der wird dich töten! Der war anscheinend dich! 100%ig! Was? Goldene Schuss! Nein! Wie nahs bist du denn? Wie nahs bist du denn? Wie nahs bist du denn? Rufflecopter, du musst das jetzt machen! Ey, war das jetzt echt grad der, der... Wir glauben an dich! Ja! Oh oh! Hätte er klappen können! Ey! Profi! Lauf, 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 lauf! Oh Gott, da waren die Todesböbel! Die Böbel des Todes? Kennt ihr das wieder noch? Naja! Nein, ich glaube nicht! Oh ja! Ich fahre jetzt zufällig hinter mir, ne, hä? Hm, dezent! Oh, hey! Rufflecopter schlag ihn mit dem, äh, Trophi-System tot! Lalalala! 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 So, die schönen Blätter hier! Müssen wir nochmal so eine kleine Pflanzenkunde machen, ne? Kennt ihr das noch? Oh, hinter mir! Naja, wie man so Pflanzen gießt und pflegt, hatte ich ja schon mal in dem Video gesagt, ne? Wir mussten ja mal so ein Album mit Blättern sammeln! So, Trolling Deluxe! Ha, ha, ha! Wie das auch? Hinsen von hinten, von hinten! Wie das auch! Wie so ne Schildkröte! Ha, 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 ha! Ich troll nicht mehr, ich troll nicht mehr! Wo ist der Professor? Wo ist der Professor? Ich brauche einen Professor! Er regeneriert Leben! Scheiße! Ja, das war der letzte Schuss! Er hat schon wieder... volles Leben! So, habt ihr gehört Schild-Duell? Jaja! Stellen wir uns mal alle Bete mit, stellen wir uns mal alle Bete mit, stellen wir uns mal alle Bete mit, mit einem Schild gegen, gegen, wann? Guck mal dagegen gegen die Wand! Mach das denn nicht! Hände doch! Hier, komm, wir müssen erstmal die Pixel zählen und dann, warte, eins, zwei... Rennen! Rennen! Das ist so'n Fehler! Oh, komm mal her! Das ist auch! Oh! Das erpägt mir nicht! Ha! Dam, 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 dam! Der Schild-Master! Der unfaire Steve Petit gewinnt! Mal wieder! Let's fangen wir einen wieder! Ich betone das mal wieder, weil ich glaube, das ist der ersten Mal, dass ich das Ding gewinne hier! So, meine lieben Damen und Herren! Ich würde sagen, ich habe gewonnen! Und danke fürs Zuschauen! Und ja, wie hat es euch gefallen? Schreibt es in die Kommentare! Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's fangen! Also, haut's drin! Tschüss! 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 Auf jeden Fall rubbelt die Katz! Auf jeden Fall rubbelt die Katz!